Okay, ähm, kleines Infovideo, wie ihr hier gerade seht, es scheint schon vorbei zu sein, die Beta-Phase. Wir haben 6 Uhr morgens und es scheint vorbei zu sein. Also ich kann Playgame, ihr seht, hier ist nix und wenn ich auf Greatgame klicke, ähm, gibt er mir diese Anzeige. Ups, jetzt habe ich es aus Versehen. Einfach mal auf alles geklickt, was gerade ein bisschen blöd war. Äh, schließen. Ich bezweifle auch, dass ich hier nochmal rein kann. Steht denn hier News irgendwie? Ne, schaut nicht so. Was ich aber noch zeigen wollte. Wo waren das? Ähm, bevor ich jetzt aufhöre. Die Credits. Es ist ein wirklich geiles Spiel und ich möchte jetzt hier einfach mal die Credits nochmal durchscrollen lassen. Also, wenn ihr sie kurz durchlesen wollt oder so, Pause machen am besten. Ich weiß, die meisten interessieren Credits nicht, aber es ist ein geiles Spiel. Es ist ein geiles Spiel. Also ich kann es nur empfehlen. Registriert euch am besten für die Beta. Der Link zu diesem Spiel ist in der Beschreibung. Ich kann natürlich nicht sagen, ähm, wie lange das Spiel in der Beta bleiben wird. Weil wenn ihr es in einem Jahr dieses Video anguckt, dann wird es natürlich, denke ich mal, keine Beta mehr sein. Ähm, ja. Das war es dann soweit von mir. Wie gesagt, spielen kann man nicht mehr. Leider nur vier Wins abgeholt. Ähm, ich finde es interessant, dass man nicht einfach rausgekriegt wird. Ich finde es schön, dass man nicht einfach rausgekriegt wird. Bug Report könnte man noch machen. Kann ich euch hier auch mal zeigen. Gretchen, ja komm, ich habe hier ein Bug Report. Hahaha, nein. Die Beta scheint vorbei zu sein. Was passiert, wenn ich es nochmal versuche zu starten, das Spiel? Game is already running. Wenn ich schieße, beendet er die Aufnahme? Ich weiß es nicht. Moment, ich teste mal. Wenn ich weg bin, dann sage ich tschüss. Wenn nicht, dann bin ich noch da. Yes. Ähm, ich bin sogar noch da. Cool. Ähm, ich gucke mal kurz, was passiert, wenn ich es nochmal starten möchte. Server Status offline. Ähm, ich kann es euch ja mal kurz zeigen. So, okay. Mach ich den mal an, den mal aus. Ich zeige jetzt trotzdem nicht an, oder wie? Böse. Was, wenn ich nochmal aktualisiere. Okay. Ich versuche gerade, das Ding reinzukriegen. Ohne jetzt unbedingt meinen Desktop zeigen zu müssen. Hups, das wollte ich gar nicht. Ähm, ich wollte aktualisieren. Downguard Launcher, okay. Ne, das geht nicht. Dann muss ich mal kurz. Das ist Fensteraufnahme, Monitoraufnahme, okay. So. Ihr könnt es sehen. Das hier hinten, könnt ihr ignorieren. Das ist einfach nur die Materialien, die ich noch vom Rechner habe. Sprich, was ihr irgendwann mal noch zu sehen bekommt. Hier sind noch die ganzen Downguard Parts, die ihr ja schon kennen müsstet. Ähm, ihr seht. Server-Status leider wieder online, äh, offline. Hier seht ihr, wann diese Beta stattgefunden hat, also wann sie gestartet hat. Offline ist ja jetzt um, ich kann es, ups, ich bin natürlich noch im falschen Fenster. Diese Uhrzeit, ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Hier 6.08 Uhr oder so, um es mal kurz zu zeigen. 6.08 Uhr hat es ja wohl aufgehört, denke ich mal. Ähm, ich hoffe, euch hat die Beta gefallen. Wie gesagt, in der Beschreibung der Link hierzu. Ähm, könnt euch ja mal für ein Beta-Key registrieren. Ich denke mal, es kann nicht schaden. Es ist ein sehr schönes Spiel, es macht sehr viel Spaß. Ich denke auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.